Ich stelle es mir so vor, dass bei Ankommen von Licht auf Materie die Wahlverwandtschaft so geschieht, dass die Wellenlängen entsprechend der chemischen bzw. der Elektronenanordnung der Stoffe ihre Wahlverwandtschaften finden. Das ist z.B. so bei kontinuierlichen Spektren, die aus thermischen Strahlen wie der Sonne oder glühenden Metallen abgesondert werden, deren Spektren kontinuierlich sind, wobei alle Wellenlängen auftreten. Umgekehrt sind Banden oder Linienspektren verweisen auf chemische Reaktionen, z.B. die dann entsprechende Photonen spezifischer Art absondern, sodass andere Spektren entstehen, die nicht kontinuierlich sind. Das ist einfach nichts anderes als die Umdrehung der Aussendung von Licht durch chemische Strukturen mit entsprechenden Elektronenoberflächen, im Gegensatz zum Wahlverwandtschaftsgesetz von Absorption dieser chemischen Strukturen, wenn Licht mit kontinuierlichem Spektrum auf es auftrifft und dann interferiert, absorbiert wird oder gestreut wird. Da kommt jetzt noch die Sonderstellung eines Lasers. Aber das ist ja eigentlich klar, was ein Laser ist. Eine so lange Spiegelung, bis das Licht sich kohärent macht.